Was hältst du von meinem kleinen Penis? Keine meiner Seele, nicht meine. Was hältst du von meinem enorm großen Penis? Das kann ich echt nicht sagen. Willst du... Willst du Erfahrungen sammeln? Ich kann nichts sagen. Digga, du tötest mich, ey. Ich bin mir nicht sicher, ob ich das richtig verstanden habe. Ja, doch hast du. Das dachte ich mir. Ich finde fett, wie du verstehen tust, die Wörter. Ich bin mir nicht sicher, ob ich das richtig verstanden habe. Das hast du richtig verstanden. Okay. Verwinkelter Seitennippel. What the fuck? So, dann mach grad auf. Okay, das war's dann. Ja. Gut. Vielen Dank.